Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und schau mal, wo ich mich gerade befinde. Black Ops 2 in der Menülobby. Und heute gibt es mal ein Live-Kommentary von mir. Das heißt, nicht mehr nachkommentiert, sondern ich produziere auf meinem Kanal jetzt erstmal wieder ein Live-Kommentary. So, und das bedeutet, wir werden jetzt auch gleich reingehen in das Spiel. Spontan suchen und zerstören. Mal gucken, was wir so finden. Ja, sucht schon eine Lobby. Ich muss schon sagen, ich war jetzt lange nicht mehr im Black Ops 2. Äh, wobei, ja. Oh, was ist denn das hier? Ach so. Okay, also, die Waffenklasse, die wir mitnehmen, ähm, schwierig. Nehmen wir mal heute die Scorpion EVO mit, B23R, und reden einfach mal ein bisschen über den Tag. Ja, lange war ich jetzt nicht mehr im Black Ops 2, weil eben GTA 5 einfach mich so geflasht hat, dieses Spiel. Äh, das müsst ihr einfach verstehen. Ihr habt es bestimmt auch schon erlebt in eurer PSN-Freundesliste. Nur noch, Leute, GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5. Alle aber auch eine berechtigte, ja, ist auch berechtigt, weil das Spiel ja auch von Spieletipps und von, äh, wie heißen die ganzen Seiten, Mogelpower und Cheatpower.de einfach zum besten Spiel der Welt gekürt wurde. Überall Platz 1, Rollenspiel, Platz 1 hier, Sandkastenspiel, Platz 1, alles 1 hier, nur 1, da rollt der Rubel, sag ich hier. Und jetzt warten wir auf das Opfer, das hier gleich kommen wird und in meiner Falle läuft und 100 Punkte mir auf mein Glückskonto bringt. So, ja, wo sind die Gegner? Wollen wir nach vorne hier? Wo bin ich? Hallo, Niederlander, was geht ab? Ich glaube, der kommt nicht mehr raus. Hey! Jetzt haut der auch noch ab mit einer Sniper hier. Da vorne muss irgendwas sein. Äh, 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 ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Wow, Mama Mia! Aua! 1 zu 0! Hammer erzielt! Gut, jetzt gehen wir mal in den anderen Modus rein, und zwar Team Deathmatch. Mal gucken, was wir da so finden. So, Standard. Äh, wo haben wir es denn? Gibt's Team Deathmatch überhaupt noch? Ja, Gott sei Dank. Team Deathmatch ist auch was Cooles. Oh, ein paar Leute sind online. Ich hab noch keine Deutschen gesehen. Kommt noch. Schlafen noch alle. Oder sind in der Schule. Oder sind irgendwo, keine Ahnung. Turbine. Yeah! Kannst dich gut verstecken. Dann nehmen wir aber erstmal was anderes mit. Und zwar die XPR 50. So, Sniper einfach mal ein bisschen. Wir haben Abschussfreigabe. So, jetzt kommt der Sniper-Profi eben hier raus. Hier. Auf die höchste Position. Gucken, wo einer ist. Und Headshot. Gute Nacht. Hä? Was denn das? Nein! Nein, 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 nein. Schlafen. Oh! Oh! Stierp! Geiße! Ah, Mist, Alter. Lang 8 Minuten 40 schon hier. Stierp! Komm, den kriegen wir noch. Ach, leck mich doch. Jo, Leute. Das war ein bisschen Let's Play Black Ops 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein bisschen hier Einblickchen. Und jo! Was soll ich sagen, Rudi? Ach, meine PSN-Freundesliste hier soll ich noch zeigen. Alle Embleme meiner PSN-Freunde. Schaut sie euch an. Guckt sie euch an. Das sind die ganzen Leute. Nicht jeder hat eins. Aber ein paar. So, bis sag ich auf jeden Fall ciao. Oh, der Mario ist auch am Start. Der Pimmel. Und so weiter. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen, Mann. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Hunde. GDA 5 und so. Jo. Dauert, dauert, dauert. Jo. So, das sind die ganzen Leute. Embleme. Fedobear. Zwei Bowlingkugeln. Einen Tannenbaum, den man an das Auto hängt, damit das Auto besser duftet. VexoTix. USK ab 18. Auf das kann man verzichten. So. Und. Da sind wir wieder am Anfang. Äh. Dieser komische Mörder da. Äh. Jo. Oh, mein Handy hat geklingelt. Ich sag ciao. Bis dann.